hallo meine friends wir sind da in diese unreichte kommensung und wir sind hier um dieses coole spiel zu spielen und diesmal achte ich darauf wie ich viel aufnehmen heute nämlich nur bis 14 ich hoffe es ja so wie es aussieht spielen wir heute eine kleine ameis wie sieht die aus okay ich kann die wählen oder die ich denke man normaler ameis ist ja so schön aber was ist das für eine ameise bitte verschone mich mit dieser komische alien ameise gibt es so welche die so aussehen schon mal bitte kommentare die sie so wirklich so aussehen also kann ich mir gar nicht vorstellen war war die sehen aus wie aliens das ist ein normal so eine ameise kenn ich ja die ist ja in deutschland aber ich kann mir noch nicht vorstellen dass es so eine ameise gibt die sieht für mich aus wie eine spelle okay kommt nun die da die königin ist groß die königin ist voll groß oh gott die macht mir angst herrscht mich doch mal für diese komische spinne yes wir haben eine spinne baby befruchtet das heißt und eine gottesarbeiterin ah jetzt weiß ich wie die heißen nein nein die hat eine getötet nein oh nein du blöde mörderin das kriegst du zurück hilfe hilfe ich brauche hilfe 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 ich bin eine ameise die kann das sowas nicht machen hilfe 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 Pach mit dir. 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 Ich bin eine kleine Ameise, die helft, die Sachen, die sind aber richtig fly, du schiesst. Huh! What?! Alter, was macht die da nur?! Alter! 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 Was war das?! Soll das... Kann es dann jetzt nicht... Alter! Moment mal! Sag mir nicht, die hat jetzt Eier gelegt, jetzt ernsthaft. Ach du Scheiße! Ach so! Das mit dem Po runter und hoch soll dann liebegemacht sein oder was? Aha, klar, verstehe! Nein! Baby! Warte! Fleißige Ameisen! Hilft mir! Ich bin ein Mayday! Hilfe! Ich krieg langsam Angst vor dieser Ameisekönigin! Ich denke mal, das sind jetzt wirklich ein bisschen genug Babys! Ich bin manchmal ein bisschen... Ah ja! Naja! Soll ich das nochmal versuchen? Ich will nochmal! Lass mich! Sag mal, hat die jetzt noch ein eingelegter was?! Ich fass es nicht! Diese... Diese Ameise macht mir Angst! Die ist so riesig! Ich will parken wieder! Mann! Mann! Ich will sie ein bisschen beeindrucken! So... Wisst ihr jetzt mal was?! Dieses Spiel ist so krank! Das macht mir Angst! Aber es macht irgendwie Spaß! So, warte mal! Warte mal! Ich geh mal... raus! Mir ist nämlich langweilig! Meine Ameisen können das machen! Mir ist nämlich langweilig! Uuuuuh! Was? So'n Teufel! Ach du Scheiße! Ist das eine Orange? Hallo! Ameisen! Hilft mir jemand! Oh! Mayday! Da oben sitzt eine riesengroße Spinne! Maybe! Ah! 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 Oh nein! Nein! Lass sie in Ruhe! Lass sie sofort in Ruhe! Geh weg! Lass sie in Ruhe! Ey! Hallo! Hilfe! Ich komme und dich zu retten. Alter. Junge. 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 Das kommt davon, wenn du sie tötest. Du Mörder. Mensch. Okay, es ist alles gut jetzt. Puh. Okay, jetzt hol mal, wo ist die Spinne? Wo liegt die Spinne? Kann ich auch zwei Sachen tragen? Oh, die eine Ameise lebt noch. Oh Gott sei Dank, Englisch. Ah, die lebt noch, die Ameise. Ich habe ihr Leben gerettet. Hi. So. Oh. Jetzt komme ich mal rein hier. Ah, hallo. Ich bin wieder da. Ich habe was zu fressen mit gefragt. Für dich, natürlich, meine Liebe. So. Können wir uns jetzt wieder paaren? Nein. Ist genug gepaart. Aha, 26. So. 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 Okay. Können wir uns paaren? Nein. Okay, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis bald. Tschüss. Und ich werde dieses wieder natürlich in YouTube stellen. Bitte spielt das Spiel unbedingt. Das ist so geil. Bis bald. Tschüss.